Hallo liebe Zuhörer, ich begrüße euch zum Mittwochs Video. Ich bin der Callsetter-Crusher. Den Anfang macht ein Betrüger, der mich in weniger als 10 Minuten dreimal anruft, um zu testen, ob ich ein Scambator bin. Die ersten zwei Anrufe kamen für einen Namen, unter dem ich mich wirklich registriert hatte. Der letzte Anruf kam für einen Namen, den ich nie genutzt hatte. Wenn ich auf diesen Namen reagiert hätte, ist für die Betrüger klar, dass ich Scambator bin. Solche Anrufe bekomme ich häufiger, reagiere aber nur auf Namen, unter denen ich mich wirklich registriert hatte. Viele Mitschnitte in diesem Video sind von ähnlicher Natur und teilweise von Webseiten, die es gar nicht gibt, oder aber die klassischen Beschimpfungen von Leuten, die ich reingelegt und damit sehr geärgert hatte. Den letzten Anruf habe ich mit Bad Luigi gemacht, von dem ich bevollmächtigt war, eine Einzahlung abzuschließen. Viel Spaß dabei und wie immer geht's nach dem Intro los. Hallo? Einen wunderschönen guten Tag. Marco Nowitzki ist mein Name, zählt von ich gerade mit dem Thomas Hadamzig. Hadamzig ist der Name, ja. Ja. Genau. Schön, Sie zu erreichen. Ich melde mich von dem Unternehmen Fox Management. Ich hoffe, ich störe Sie gerade nicht. Äh, nein. Von welchem Unternehmen? Fox Management. Sagt ja gar nichts. Okay. Okay. Fox Management ist ein Online-Handelsplattform, Online-Trading-Plattform. Ich wollte Sie mal kurz telefonisch reichen und nachzufragen, ob Sie schon mal Erfahrungen haben in diesem Bereich. Nee. Nein. Okay. Sie haben sich ja mal registriert über Online-Trading, Online-Handeln unter die E-Mail-Adresse c.hamzig.atw.de. Nee, Hadamzig. Erstmal Hadamzig, aber die Adresse ist nicht mehr aktuell. Ist nicht mehr aktuell. Okay. Kein Problem. Also, wir hatten ja einen Promomonat am Laufen, Herr Hadamzig. Ich wollte Sie mal gerne auch informieren. Ja, aber das ist ja ewig lange her, dass ich mich da registriert habe. Offensichtlich. Ja, schon. Aber damals haben Sie Interesse gezeigt und wir hatten Ihnen vor zwei Wochen lang ein E-Mail unter die E-Mail-Adresse geschickt. Und wir haben ja keine Rückmeldung bekommen. Deswegen auch rufe ich Sie an. Ja, weil es die E-Mail-Adresse nicht mehr gibt. Nicht mehr gibt. Ganz genau. Okay. Und haben Sie ein bisschen Zeit, dass ich Ihnen das Ganze erklären kann oder nicht? Natürlich. Okay. Also, Volksmanagement hat einen Promomonat am Laufen und normalerweise jetzt, wenn Sie bei uns sein Kunde sind, würden Sie von unserer Seite einen hundertprozentiger Bonus bekommen. Kostenlose Broker. Und die Gewinne sind zwischen 15 und 30 Prozent pro Monat. Und Sie wissen ja schon, was bedeutet Bonus, oder? Ich weiß, was ein Bonus ist. Natürlich. Okay. Also, das doppelte Kaufkraft würden Sie von unserer Seite bekommen. Und also Broker, wissen Sie schon auch, was bedeutet ein Finanzberater. Der Erfahrung erhält seit 15 Jahren auf diesem Bereich. Das heißt, Sie werden nicht alleine gelassen auf diesem Markt, sogar mit einem Broker. Also, drei Wochen lang wird der Broker kostenlos sein. Nach drei Wochen lang wird der Broker 0,6 Prozent Approach-Rage kosten. Also, das bedeutet, wenn er die Positionen eröffnet und er schließt, würde er 0,6 Prozent kosten. Ja. Genau. Und wenn Sie vielleicht ein aktuelles E-Mail-Adresse haben, können Sie mir gerne geben. Ich kann Ihnen nochmal ein E-Mail zukommen lassen. Ich würde Ihnen alles zusenden lassen, damit Sie zuerst uns recherchieren können, wer wir sind. Also bei FCA. Ja, ich habe bei Ihnen eine E-Mail. Bitte. Sie haben auch bei unserer Plattform meine Festnetznummer, wo Sie uns jederzeit zurückrufen können. Das würde ich Ihnen auch gerne schreiben auf E-Mail. Also, wenn es möglich ist, geben Sie mir erstens Ihre E-Mail. Ich würde Ihnen gerne alles zusenden lassen. Ja, gut. Dann habe ich eine E-Mail-Adresse für Sie. All-in-mails-at-mailbox.org Okay. Okay, Herr Damsig. Dann wünsche ich Ihnen noch ein schönes Tag. Ja, was ist das? Wiederholen Sie die E-Mail-Adresse? Ja, ja. Ich habe das schon aufgeschrieben. Ja, dann wiederholen Sie es bitte mal. Und raus ist er. Hallo? Ja, grüße Sie, Herr Damsig. Ja. Schön, Sie zu erreichen. Michael Collins am Apparat von Fox Management. Ich nehme an, Sie können uns zuordnen. Nee. Und schon wieder zu... Ja, bitte. Hallo, grüße Sie, Herr Lutz. Wer ist da bitte? Deni Levykampalas von Unternehmen Fox Management. Ja. Ja. Spreche ich mit Herr Lutz? Herr Lutz? Nee. Wer sind Sie? Wie wollten Sie denn sprechen? Mit Herr Jochen Lutz. Herr Jochen Lutz? Nee, bin ich nicht. Ach so, dann sind wir falsch verbrungen. Richtig. Okay, ist das zu schlecht. Ciao. Tschüss. Hallo? Bitte was? Ich komme von Chester. Bitte was? English, please. English. German, please. I don't speak in German, but I only know it's good in Martin. We just registered in German. That's what I only know. So, just speak German. I don't speak German, sir. I don't speak any Deutsch language. That's your fault. Is there anybody who can speak German? No, actually, because we're speaking a lot of persons right here. Oh, that's your fault. That's your fault. It is actually not my fault. That's your fault. Yes, it's your fault. And now you're speaking in English. We are a German YouTube channel. So, just speak German. I don't speak German, sir. We are just a German YouTube channel. So, just speak German. German, yeah, that's your fault. It's not my fault. That's your fault. This is a German, äh, phone number. So, let's go through. Hello? Hello? Yeah, good morning, George. Wer, wer bitte? Sind Sie Herr George? Nein. Georg Vorreiter. Georg Vorreiter. Nicht George, Georg. Oh, okay. Georg, Entschuldigung. Ja? Äh, Daniel ist mein Name. Ich habe Sie ja angerufen durch Ihren Handelskonto, was Sie ja schon angemeldet hatten. Ja? Sie haben ja schon da über Online-Investitionen Erfahrungen gehört, da wo Sie eingezahlt haben oder nicht. Wie, das sehen Sie in meinen Daten, das ich irgendwo eingezahlt habe? Nee, nee. Ich habe Ihnen gefragt, ob Sie Erfahrungen haben über eine Einzahlung, die Sie schon gemacht haben, oder haben Sie das nicht gemacht? Ich habe Erfahrungen. Das ist richtig. Wenn Sie, wenn Sie Erfahrungen haben, das bedeutet, das bedeutet, dass Sie schon eingezahlt haben, oder? Oder vielleicht, vielleicht auch nicht. Warum sollte ich Ihnen das sagen? Weil ohne eine Einzahlung, da kann man keine Erfahrungen haben. Doch, kann man. So, und warum sollte ich Ihnen das sagen? Ich kenne Sie doch gar nicht. Ja, weil ich rufe Sie an über diese Arbeit, also natürlich ist... Ja, und warum soll ich, ich kenne Sie doch gar nicht. Warum sollte ich Ihnen so etwas sagen? Das ist private Sache. Warum sollte ich Ihnen so etwas sagen? Ich kenne Sie nicht. Weil ich habe Sie über das angerufen. Ja, das ist völlig egal. Es kann mich der Papst anrufen, dem werde ich sowas nicht erzählen. Das ist privat. Der Papst würde ich anrufen. Bitte? Herr Wreiter, der private Sachen sind ja den Sachen, dass Sie vielleicht ja mit Ihrer Familie zu tun haben, oder so zu sagen, sind privat. Ich habe Sie für eine Arbeit angerufen, da, wo Sie selber angemeldet sind. Das rufe ich Sie an. Und wo habe ich mich angemeldet? Jetzt sind Sie schon bei der Verifizierungseite, da, wo Sie ja schon bei uns weitergeleitet sind. Ja, bei wem denn? Und Sie sind von RFP-Limited. Wo habe ich mich denn angemeldet? Ja, wo Sie jetzt angemeldet sind. Ja, wo denn? Ja, wo denn? Das weiß ich ja doch nicht. Ach, Sie wissen doch gar nicht, welch... Sie sind von Ihnen bei uns angemeldet. Ja, was ist denn uns? Wer ist denn Ihre Seite? RFP-Limited habe ich Ihnen so erklärt. Bitte, was? Sie nuscheln sehr. RFP-Limited. Was mache ich? Sie nuscheln sehr. Sie müssen mal die Zähne aus dem Mandel annehmen beim Reden. Dann versteht man Sie vielleicht auch. Also, wie heißt Ihre Webseite? Jo, Tag. Hallo, schönen guten Tag. Thomas Beckmann, Apparat. Wie geht es Ihnen? Alles gut soweit? Jo, wer ist denn da? Also, Thomas Beckmann ist hier. Es geht über Online-Trading, Online-Handel. Es geht über ein Konto, das Sie bei uns schon geöffnet haben. Und wen wollen Sie sprechen? Mit Ihnen möchte ich sprechen. Ja, wer bin ich denn? Herr Harald, Harald. Nee, Herr Harald bin ich nicht. Wie ist denn der noch? Wer bist du denn, du Hurensohn? Ach, hallo, ein Betrüger. Wer bist du, du Hurensohn? Hey, Betrüger, was ist los mit dir? Lernst du es nicht? Lernst du es nicht? Ich füge dich in die Mase, du Hurensohn. Ja, gut, komm, komm, komm her. Ja, bitte. Hallo, Harald. Ach, da ist er wieder. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Du hast immer noch nicht lesen gelernt. Du hast immer noch nicht lesen gelernt. Na, noch nie in der Schule gewesen. Ja, das weiß ich, das merkt man. Ja, das ist blöd, gell? Das ist blöd, das ist blöd, gell? Was sagst du? Mach mal die Zähne auseinander. Das ist blöd, gell? Das ist blöd, gell? Mach mal die Zähne auseinander, wenn du redest. Du bist nicht zu verstehen. Ich füge deine Frau, du Hurensohn. Ja, jawohl, genau, aber... Mit der Buchstaben. Nein, ihre Frau heißt Nutte. Nee, das bist du doch. Du bist doch die Nutte. Oh, shit, ja, eins zu null. So, jetzt halt die Schnauze, legen sie auf. Ja, leg du doch auf. Leg du doch auf. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Nee, eben, eben. Warum soll ich auflegen? Ja, mein Problem ist nicht das Problem. Mach, was du willst. Ja, genau. Mach du doch, was du willst. Schnell ein Mikrofon gestummt. Bist du schon am Ende? Nein, eigentlich nicht. Nee, doch, du bist... Du bist völlig am Ende. Du bist völlig am Ende. Sag mal, du hast doch jetzt zwei Tage Zeit gehabt, neue Worte zu lernen. Möchtest du dich mal neue Schwimmwörter sagen? Ah, nein. Nee, klar, kannst du ja auch nicht. Dazu müsste man ja Intelligenz haben. Ah, nein. Ja, nein. Ah, nein. Ja, ja. Genau, ja, nein, ja, nein. Nein. Nein oder ja? Nein oder ja? Ja. Ja, nein, doch. Ja, nein, doch. No, nein, doch, ja. Möchtest du unseren Zuschauern noch was mitteilen? Halt die Fresse. Halt die Fresse. Halt du doch die Fresse. Ach, du hältst ja die Fresse. Nein, du hältst doch die Fresse her. Ja, klar, logisch. Ich hab dich angerufen und du sollst deine Fresse halten. Ja, da brauchst du ja gar nicht anrufen, wenn ich die Fresse halten soll. Warum rufst du dann an? Warum rufst du dann an, wenn ich die Fresse halten soll? Da brauchst du doch gar nicht erst anrufen. Ja, richtig. Ich hab eine Frau angerufen, richtig. Ach, du hast meine Frau angerufen. Ja, wie heißt denn meine Frau? Nutter. Ja, das bist du doch. Das hatten wir doch gerade schon festgestellt. Du prostituierst dich doch. Oh, warst du das schon? Das wäre ja kurz heute. Komm, gib mal ein Telefon weiter an den anderen. Was ist los mit dir? Möchtest du denn Herr Manu sprechen? Möchtest du Herrn Manu sprechen? Sag mal was. Na, ist ja schön, dass du deine eigene Leitung blockierst. Da sieht man wie, mal wieder, dass du keine Datensätze mehr kriegst, um Leute zu betrügen. Keine Datensätze. Ganz armes Würstchen. Da war er weg. Hat er doch endlich aufgegeben. Ja, hallo. Schönen Tag, Herr Bergmann. Ja, wer ist da? Hier spricht es Herr Daniel. Ich habe Sie angerufen von Finanzabteilung. Finanzabteilung? Ja, genau. Vom Finanzamt? Ich stehe hier auf dem System, dass Sie... ...vom Finanzabteilung, da wo Sie für Online-Investitionen gemeldet sind. Und bei welcher Finanzabteilung? Bei welcher Firma? Hier ist die Firma RFT Limited. Bitte was? Hier ist die Firma RFT Limited. Eine von drei Plattformen in Österreich, da wo Sie ja die Verifizierung Möglichkeit haben, es zu machen. RFT muss ich mir angucken. RFT? Ja. Sie sagten RFT? Ja. Ja. RFT und weiter? Die Webseite? Limited. Limited. Dann Punkt AT oder wo? Sie sagten Österreich. Punkt. Ja, genau. In Österreich. Also Punkt AT. Ja. Die gibt's nicht, die Seite. Da gibt's keine Seite? Nee. Das tut mir wirklich leid. Ja. Mir auch. Okay, dann, äh, ciao, ciao. Tschüss, Betrüger. Wirst du denn auch... Ja? Hallo, guten Tag. Guten Tag. Herr Bergmann. Wer ist denn da? Hier ist, äh, Herr Betrüger Manuel König. Hallo, Herr Betrüger. Wie geht es Ihnen, Herr Hohensohn? Na, bist du wieder da, kleiner, dummer Betrüger? Nee, ich bin ein anderer Betrüger. Oh ja, ja, ich weiß nicht. Der hat uns verleidigt, der habe ich gesagt, ich muss es nicht. Mach doch mal die Zähne auseinander beim Reden. Ich soll die Zähne auseinander nehmen beim Reden. Wie wär's mit, wie wär's mit? Wie wär's mit, du sollst die Pferde heißen, dann ist... Ich bin leider nicht. Ach, wie denn? Ja, wie heißt denn meine Mutter? Hure. Hure. Nee Hure bist du doch. Oder deine Mutter. Echtz? Du hast doch gefragt, oder? Ja, genau. Wie heißt meine Mutter? Bist du derjenige, der die Leute in YouTube bringt? Ja genau, der bin ich. Aber von der Stimme kommt es nicht so rüber, weil ich hab dich... Ich folge dich auf YouTube, wenn du derjenige bist. Ja, welcher Kanal ist es denn? Der Hauptbetrüger sagt, ich darf nicht mehr mit dir reden. Nein, natürlich. Tut mir leid. Aber schön, auch du wirst nicht wieder bei YouTube hören, genau. Okay, weil das wollte ich. Ja, genau. Hast du mich aufgenommen? Ja, natürlich. Okay, wann kommt denn diese Serie raus? Ja, welcher Kanal ist es? Wie heißt überhaupt dein Kanal? Du folgst mir doch, da musst du das doch wissen. Ich weiß nicht, ob du dasselbe bist. Dann sag mir doch mal, welchen Kanal folgst du denn? So was mit Call Center Fun oder so. Aha. Ja, ist ja lustig. Der ist lustig, der ist wirklich lustig. Ja, aber das bin ich ich. Aber ich verkenne den von der Stimme und das bist du nicht. Nee, eben, richtig. Genau, das bist du nicht. Genau. Wie heißt denn dein Kanal? Hahaha. Du glaubst, dass ich dir das verrate? Hahaha. 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 Ich kann nur sehen, wie meine Stimme sich anhört. Ja, dann hör doch. Du musst nicht so tun, dass du so viel laut lachst, weil es gibt da nichts zu lassen. Doch, ich lache über dich, weil du so dumm bist. Richtig. Denkst du, du kannst mir was antun, nur weil du mich auf YouTube bringst? Nein, weiß, weiß ich ja. Das weiß ich ja. Aber trotzdem mach ich weiter. Ja. Kannst du mir denn was antun? Genau, du versuchst etwas Gutes schon. Nee, du kannst mir nichts antun. Wenn ich wollen würde. Nee, kannst du nicht. Du bist im Ostland. Du bist im Osten. Du bist im Osten. Ja, 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 ja. Hier ist Daniela Smith. Wie ich verstehe, ich muss mit Ihnen Handelskonto von Herrn Buch Rogers aktivieren. Können wir das jetzt machen? Ja, prinzipiell schon. Das ist richtig. Ich habe die Vollmacht dazu. Okay. Wie war Ihr Firmenname nochmal bitte? Bullinvest. Bullinvest. Und Sie haben eine Internetseite? Ja, haben wir. Ich habe den Herrn Buch Rogers per E-Mail geschickt. Der ist ja jetzt gerade schon am rausgehen. Können Sie mir die E-Mail-Adresse nochmal buchstabieren? Äh, die Web-Adresse? Äh, train.bullinvest.in Ach, ach, Punkt in. Ah, ja. Weil der Kollege vorhin, der hat gesagt I.O. Ein Moment, ich habe Ihnen, äh, ihn geschickt. Ja, ihm. Aber da habe ich ja keinen Zugriff auf die E-Mail-Adresse. Na gut, also das ist Ihre Adresse. Okay, gut. Das ist schon mal klar. Und man kann bei Ihnen handeln. Das ist auch soweit klar. Ähm, welches ist denn die Mindestsumme bei Ihnen? Äh, ich habe das schon mit Herrn Rogers besprochen. Ja. 250 Euro. Äh, und, äh, damit Sie Handelskonto aktivieren, muss ich Ihnen per E-Mail unsere Bankdaten schicken. Ja, das können Sie mir doch, ich soll das doch jetzt machen. Okay, dann, äh, sagen Sie mir, Sie, äh, er sagte, Sie sind eine deutsche Firma. Äh, ja, genau. Okay, äh, haben Sie eine Adresse für mich? Das muss ich ja dann in die Unterlagen aufnehmen. Äh, Ihre Adresse haben wir Berlin, Rosa-Luxemburger Straße 8. Ah, ja, okay, gut. Neben Alexanderplatz. Ja, naja, gut, okay. Gut, dann haben wir das schon mal und dann geht's noch um Ihre BaFin-Regulierung. Sie sind ja ein Finanzdienstleister, da müssen Sie ja bei der BaFin reguliert sein. Äh, ich habe das mit Herrn Rogers auch, äh, besprochen. Ja, aber dann können Sie mir doch jetzt mal Ihre BaFin-Regulierungsnummer sagen. Äh, BaFin-Regulierung kann ich sagen. Ich muss unsere Lizenz öffnen. Einen Moment. Ja, natürlich. Einen Moment, bitte. Unsere Lizenz. Hallo, sind Sie noch da? Ja, ich bin da. Also Nummer, äh, 4, 7. Ja. Äh, 4, 7, 2, 9, 7, 3. 2, 9, 7, 3. Also ich wiederhole. 4, 7, 2, 9, 7, 3. Äh, korrekt, ja. Okay, dann schauen wir doch mal. Ne. Da ist kein Unternehmennamen, äh, kein Unternehmer unter dieser Nummer registriert bei der BaFin. Sie sollten kein Unternehmen. Dann, äh, vielleicht schicke ich Ihnen unsere Lizenz, äh, verirrt. Sie ist doch gerade, ich sehe doch gerade, ich bin auf der Seite der BaFin und überprüfe gerade Ihre Nummer. Und die ist falsch. Es gibt kein Unternehmen, das unter dieser Nummer registriert ist. Das kann nicht sein. Das ist so. Äh, soll ich Ihnen unsere, äh, Lizenz schicken? Ja, welche Lizenz denn? Bei der BaFin haben Sie keine Lizenz unter der Nummer? Äh, für welche E-Mail kann ich Ihnen, äh, Lizenz schicken? Für E-Mail von Herrn Rockers? Genau, richtig. Da können Sie es hinschicken. Buch Rockers, Buch Rockers, e-Mail.de, ja? Ja, das ist richtig. Einen kleinen Moment bitte. So, Buch Rockers. Ähm. So, Lizenz. Ja, und ist schon losgeschickt? Äh, einen Moment. Ich schreibe Lizenz. Äh, ja, habe ich. Mhm, okay. Dann frage ich ihn gerade mal an. Okay. Also noch ist keine Mail da. Warten wir noch einen kleinen Moment. Ich habe schon geschickt. Versuchen Sie vielleicht die Seite erneuern? Nee, er, er macht das ja gerade. Er guckt gerade nach und, äh, die Seite kann ich ja nicht erneuern, wenn es eine E-Mail ist. Warum soll ich Ihre Webseite erneuern, wenn ich eine E-Mail empfangen soll? Vielleicht schicke ich nochmal. Ja, wenn die erste noch nicht da ist, wird die zweite wohl auch nicht kommen. So, trotzdem, ich probiere nochmal schicken. Na, dann schicken Sie doch mal. Vielleicht kommen. Das ist komisch irgendwie. Also in Deutschland dauert der E-Mail-Versand normalerweise nicht so lange. Das passiert manchmal. Ich habe schon solche Erfahrungen mit meinen Kunden. nicht immer geht sehr schnell. Und, äh, ja. Okay. Hat ich nochmal geschickt. Ja. Ich sehe gerade, äh, Sie sind doch ein deutsches Unternehmen. Ja, genau. Und warum rufen Sie nicht mit einer deutschen Telefonnummer an? Äh, schauen Sie mal, äh, die Telefonnummer generiert das System. Das ist... Deswegen, das können ganz unterschiedliche Nummern sein, aber wenn Sie wollen, kann ich Ihnen, äh, kann ich Ihnen, äh, von meiner Privatnummer schreiben, äh, von WhatsApp, äh, per WhatsApp. Ja, deswegen werden Sie meine deutsche Nummer haben und ich bin immer unter dieser Nummer erreichbar. Ja. Ja, das Problem ist nur, Sie sind ein deutsches Unternehmen und diese ausländischen Telefonnummern in Deutschland, die sind seit ersten, zwölften letzten Jahres verboten. Das sollten Sie als deutsche... Wieso? Das ist österreichische Nummer. Ja, das sollten Sie als deutsches Unternehmen wissen, dass sowas verboten ist. Okay, dann, wenn Sie wollen, ich kann Sie, äh, per WhatsApp rufen mit deutscher Nummer. Ja, wieso, wie, wie kann man denn bitte, äh, auf WhatsApp anrufen auf einer Festnetzrufnummer? Okay, meine letzte Frage. Wollen Sie Handelskonto aktivieren oder nicht? Ja, bis jetzt, äh, haben Sie ja noch nie nachgewiesen, dass Sie eine Lizenz haben. Ich hab Ihnen schon geschickt. Ja, dann schicken Sie das Ganze nochmal als, als, äh, ja, schauen wir doch mal. Link haben Sie bekommen, dann müssen Sie auch Lizenz bekommen. Wie kann das sein, dass Sie zwei Mal noch nicht bekommen haben? Ich sage es Ihnen, Sie haben gar keine, Sie haben eine WFA-Ermächtigung, das ist keine Lizenz der, äh, der, äh, BaFin. Diese Lizenz gefällt Ihnen nicht, ja? Nein, es ist keine gültige Lizenz. Ach so, das ist Ihre Meinung, okay. Nein, das weiß ich, das ist nicht nur meine Meinung, das ist auch die Meinung der Polizei und der BaFin. Sie haben, Sie sind also ein unreguliertes Unternehmen. Nein, wir sind ein reguliertes Unternehmen. Ja, nein, Sie müssen in Deutschland bei der BaFin reguliert sein. Sind Sie nicht. Okay, wir werden bei BaFin reguliert, okay? Ja, dann sagen Sie mir doch, welche, äh, welche Nummer. Ich habe Ihnen eine Nummer schon gesagt. Nein, nein, diese Nummer ist nicht bei der BaFin reguliert, das sagte ich Ihnen vorhin noch schon. Die Nummer, die Sie mir gegeben haben, ist nicht bei der BaFin registriert und Sie werden auch nicht reguliert. Das kann man online wunderbar sofort überprüfen. Sie haben ja eine falsche Nummer gegeben. Ich habe Ihnen nicht falsche Nummer gegeben? Doch, doch, ich sehe es auf der Webseite. Gehen Sie doch mal auf die Webseite der BaFin. Wissen Sie, wo die Seite ist? Warum soll ich das machen? Ja, weil Sie selber Ihre eigene Nummer überprüfen können. Was wollen Sie von mir jetzt? Verstehen Sie eigentlich nichts? Verstehen Sie? Sie sollen mir Ihre BaFin-ID nennen. Und das, was Sie mir genannt haben, ist nicht bei der BaFin registriert, diese Nummer. Diese 472973 ist nicht bei der BaFin registriert. Es gibt kein Unternehmen, das unter dieser Nummer registriert ist. Hilf das Ihnen? Was, dass jemand nicht registriert ist? Nein, es würde nur helfen, wenn jemand registriert ist. Ja, Sie möchten von mir alle Daten und ich spreche mit Ihnen und ich weiß nicht Ihren Namen. Ja, Sie, Sie sind als erstes mal ein unregistriertes, unreguliertes Unternehmen. Das haben wir jetzt schon festgestellt. Und Sie als Finanzdienstleister müssen jedem Kunden vom Gesetz her die ID nennen. Wenn Sie das nicht können, dann sind Sie ein unrezentriertes, unreguliertes Unternehmen und damit ein Betrüger. Okay, ich werde wissen, dass wir Betrüger sind. Vielen Dank. Ja, klar, das wissen wir ja auch schon. Wir haben es ja auch alles schön aufgenommen bei YouTube. Es wird lustig bei YouTube verteilt. Alle Leute werden sich über Sie totlachen. Ein dummer, dummer Betrüger. Okay. Ein dummer Betrüger. Ja, ich werde wissen. Vielen Dank. Ja, gerne. So, so. Sie wird wissen, dass sie eine Betrügerin ist. Nun hätte sie die Möglichkeit, den Job aufzuhören, aber denkt ihr, dass sie das wirklich tun wird? Nein, wird sie nicht. Denn seit dem Aufnahmezeitpunkt hatten wir die noch mehrmals am Ohr. Nun freue ich mich, wenn ihr am Sonntag wieder mit dabei seid, denn dieses Video ist nun am Ende. Ich allerdings bin nicht am Ende und werde munter weiter versuchen, diese Bande von Lebensversagern zu ärgern. Bis Sonntag also, euer Callcenter Crusher.